Wenn du eine Rauchkatze im Bauch sitzt, dann ist das ein Leopard. Der Leopard, der kann die Krallen auch so ein- und ausfahren, deshalb kommt der da hoch. Der Leopard ist ein stumpfen Krall, der würde da nicht hoch. Der hat andere Qualitäten. Der kann unheimlich schnell laufen. Und das schafft er auch nur, weil er so eine besichtliche Sürmeldeule hat, damit so richtig den Schwung kommt. So, darfst du die warten hier? Ja? Oder gehst du schon mal in deine Position? Er wartet jetzt auch mein Bruder und ich auch, denn der soll hier lieber festhalten. Wenn ich den Hexans hier halte und er dran ziehe, dann mach ich euch jetzt noch mal nach oben. Ja, dann setz doch deine Sonnenbrille auf. Ist denn jeder noch nicht da? Guck mal genau. Hast du ihn schon gesehen? Ich glaub, da kommt er. Guck mal. Guck mal. Weiß ganz genau. Weiß ganz genau. Willst du mal reingucken? Guck mal. Und? Nicht schlecht, oder? Du da? Ich wuchizar. Guck mal. Ich wuchzentig. Ja. ب Sie sehen, er ist ein Superschauspiel, er tut, dass er aber gar keinen Hunger hat, das ändert sich aber gleich. Keine für die Kamerasbereitung. Das ist ein Verbrechen. Ja, habt ihr das gesehen, wie der sich hochkatapultiert mit seinem Gesicht? Schon herrlich, ne? Habt ihr das jetzt auch vor euren Kameras? Falsche Ente und jetzt geht los. Kleine Hüpfer. Guck mal, da. Guck mal, da. Guck mal, da. Die Hände war fast gelegt, ne? Hat sie noch mal Glück gehabt? Wenn Sie sich immer gefragt haben, was passiert... Das ist aber schon toll, wie der Tiger schwimmt, ne? Und wie schnell er auch immer wird. So, jetzt wollen wir noch mal sie füttern. Und dafür haben Sie hier extra einen Fastenbeinkauf, einen überdimensional großen, mit vier Öffnungen. Und aus einer von diesen vier Öffnungen soll gleich das Fleisch herausfallen. Und sie soll sich das in der Luft machen. Wie lange sie das schon lieben? Wie geht das? Ich hab' auch gebrüllt wie ein Löwe. Digga. Jo. Sprich mir nicht an. Digga, was los? Ja, zeig dir seine Eier. Du kannst nicht mal wieder sagen. Am Arsch. Ja, genau. Leg dich mal hin. Er winkt. Also, hallo. Und der sagt, hauert. Ich glaub, der möchte ein Löwe nehmen. Du willst aber weg. Ich zieh das. Die Schwanz wäre eigentlich raus. Da steht er bestimmt gleich hoch. Springen. Springen. Dann lass mich ihn. Hübscher? Oder hübscher? Nee, hübscher. Hübscher, ja. Hübscher? Hübscher? Das bringt nichts in Hübscher. Hübscher? Später, ne? Wenn wir wieder... Fleisch raus. Ein bisschen, weil wir bleiben ja entfalscht. Und wenn Sie jetzt auch Appetit auf einen Cocktail haben. Wir haben Ihre Wünsche erhöht. Es gibt bei uns im Veranstaltungsgebäude jetzt tatsächlich auch für Sie keinen Cocktail. Es gibt bei uns im Veranstaltungsgebäude. Und in der Nähe. Und ohne Löwe. So, und jetzt Löffel. Und jetzt schmeckt es, oder? Und jetzt schmecken es. Das ist lecker, ne, Eva? Oh, oder? Wirst du schon weitermachen? Na dann, komm. So, komm Eva. Ja, warte. Du kannst ja auch einfach da bleiben, ne? So, sitz. Konzentration, meine Damen. So, und jetzt wollen wir so ein kleines Training zeigen. Schaut mal, die Löwen hier. Schön hoch gesessen. Das trainieren wir ja gerne mit den Tieren. Ohoho, das ist immer. Und jetzt geht's auch rein. Du hast langes Arm dabei. Dann geht's. Dann geht's. Dann geht's. Dann geht's. Dann geht's. Dann geht's. Ja, dann geht's. Dann geht's. So, und schon wieder ein leckeres Leben. So, und jetzt kann man von hier vorne mal sehen, die unterschiedliche Augenfarbe. Ihr seht, die schöne Frau, das ist auch der Ernsteinfarkt, und bei Eva, die weiße, die hat ja so blau und blau. So, jetzt sollen die beiden Damen sich nicht drehen. Dabei achten Sie bitte einmal auf die Schwester der beiden Damen. Die benutzen Sie nämlich zum Ausbalancieren. Oh, das war ganz gut heute. Wollt ihr nochmal gleichmäßiger? Okay. Sie hat ja gesagt, hast du gesehen? Nein, hast du gesehen? Sie will sich nochmal, sie will nochmal alles geben. Ja, und Eva ja der Streber. Ja, aber heute, heute, so, hopp, heute klappt. Oh, sehr gut, komm ihr habt einen Applaus für die. Das hat die gute Macht. Ja, meine Damen und was habt ihr jetzt vor? Ja, ich bring mal die Kopfhörschalen weg. Ja, ich bring mal die Kopfhörschalen weg. Ja, ich bring mal die Kopfhörschalen weg. Und die Damen gucken, glaub ich, ob nochmal das Kopfhörs nass drin ist. Eva, noch nicht auf dem Tisch. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Wie zu Hause, ne? So. Wie älter. Sagt mal, seid ihr eigentlich noch motiviert? Ja? Sie sind noch motiviert, sag ich. Komm, und los geht's. Eva, Jake, komm. Wieder auf dem Tisch. Ich glaub, das hat wohl Energy abgeguckt. Ja, die war ja nicht. Die hat das nicht im See. Ne. Seh mal, oh, nochmal zurück, komm. Eva, von der Eva kommt jetzt hier nicht. Was? Unsere Eva. Die Pflege jetzt, die wir haben. Das ist auch Eva. Oh, die Katalita ist verleihend. Auf die Flasche auch was machen. Sie machen. Die war kurz nicht. Sie hat nicht geklappt. Sie hat nicht verbruslicht gesagt. Da liegt sie. So. Was ist das? Wie sind die Stärkung? Sie passen mal kurz aus, sie müssen ja jetzt nicht gehen. Sie sind gleich wieder da. So, dann nehmen wir einmal das Geschirr weg, die Damen. Das ist ein sehr guter Tier. Das ist ein sehr guter Tier. Das ist ein sehr guter Tier. Überall was, hier macht es dir richtig Spaß, aber da fehlt der Zwischenteil. Das ist schön, da? D 콕. Das hat sich auch immer... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020